Der Globus glüht und es gilt daher nicht nur zeitnah, sondern sofort gegenzusteuern. Einen erheblichen Anteil am Ausstoß von CO2 hat neben dem Individualverkehr der Güterkraftverkehr, also Truck & Trailer. Und es ist klar, dass es ein erhebliches Reduzierungspotenzial mit einem elektrisch angetriebenen Trailer gibt. An diesem Konzept arbeitet KRONE schon seit Jahren und hat aktuell noch mal jede Menge geballtes Know-how und frischen Wind durch die Kooperation mit dem Automotive-Experten ZF bekommen. Und auch das elektrifizierte Trailersystem von ZF verwandelt dank seiner 210 kW starken elektrischen Antriebsachse jedes dieselgetriebene Gespann in einen Hybriden. Und reüssiert mit einer kleinen Batterie, denn der Fokus liegt auf Rekuperation. Und allein dadurch, allein durch Rekuperation, werden bis zu 16% Diesel eingespart. Und dieser Wert kann mittels der Plug-in-Funktion je nach gewählter Batteriegröße bis auf 40% erhöht werden. Das Thema elektrische Antriebe als Gesamtsystemlösung steht bei ZF seit langem ganz oben auf der Agenda. Und somit steht auch für den neu entwickelten elektrifizierten Auflieger von Anbeginn an eine höchst zuverlässige industrialisierte Lösung zur Verfügung, die neben dem CO2-Einsparpotenzial natürlich auch durch mehr Traktion und eine bessere Beschleunigung für mehr Sicherheit sorgt. Unter dem beeindruckend großen Dach von ZF hat bekanntlich auch der Bremsen- und Trailer-Experte Wabco seinen Platz gefunden und vereint so Expertise für elektrifizierte Achsen und Bremsregelsysteme. Denn im Gegensatz zur Sensierung des herkömmlichen traditionellen Königszapfens arbeitet ZF mit Signalen aus dem Bremssystem und konstruiert so quasi einen virtuellen Königszapfen, sodass der Auflieger stets weiß, wie er zu agieren hat und so verhindert wird, dass die Zugmaschine zur Schubmaschine wird. Aber bei allem Einsparpotenzial liegt auch bei dem elektrifizierten Auflieger der Fokus wie immer auf Safety First. Und dann